Die universellen Lebensgesetze des friedvollen Kriegers Machtvolle Wahrheiten zur Meisterung des Lebensweges Taschenbuch von Dan Millman Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Die universellen Lebensgesetze des friedvollen Kriegers Machtvolle Wahrheiten zur Meisterung des Lebenswegs In Dan Millmans Buch Die universellen Lebensgesetze des friedvollen Kriegers werden grundlegende Prinzipien vorgestellt, die dir helfen können, deinen Lebensweg auf eine kraftvolle, aber zugleich friedvolle Weise zu meistern Das Buch verbindet tiefgehende spirituelle Weisheiten mit einer packenden Handlung, die dich nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt Es bietet universelle Wahrheiten, die auf verschiedene Lebensbereiche angewendet werden können und dich zu einem ausgeglichenen, erfüllten Leben führen Millman schafft es, die Philosophie des friedvollen Kriegers auf eine Weise zu vermitteln, die zeitlos ist und sowohl für Menschen, die sich auf einer spirituellen Reise befinden, als auch für jene, die einfach nach innerem Frieden und persönlichem Wachstum streben, relevant bleibt Die Lebenshaltung des friedvollen Kriegers Millman beschreibt den friedvollen Krieger als jemanden, der mit Entschlossenheit und Disziplin seine Ziele verfolgt, aber gleichzeitig das Prinzip des inneren Friedens beibehält Dies klingt vielleicht widersprüchlich, doch genau darin liegt die Kraft dieses Konzepts Es geht darum, den Mut eines Kriegers zu haben, sich Herausforderungen zu stellen und aktiv nach Lösungen zu suchen, jedoch ohne in negative Emotionen wie Wut, Angst oder Hass zu verfallen Diese Balance zu finden, ist der Schlüssel zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben Um dies zu erreichen, kannst du dich in Geduld und Gelassenheit üben Es ist wichtig, im Hier und Jetzt zu leben und sich nicht von den Höhen und Tiefen des Lebens hinreißen zu lassen Du wirst bemerken, dass der innere Frieden, den du in dir selbst kultivierst, eine positive Wirkung auf dein gesamtes Umfeld haben kann Deine Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben, wird dir erlauben, klarer zu denken und bessere Entscheidungen zu treffen Die Macht der Gegenwart Eines der zentralen Themen in Millmans Werk ist die Bedeutung der Gegenwart Oft neigen wir dazu, entweder in der Vergangenheit zu verweilen oder uns Sorgen über die Zukunft zu machen Beide Gedankengänge rauben uns jedoch die Energie, die wir benötigen, um im gegenwärtigen Moment wirklich präsent zu sein Millman zeigt dir, dass das Leben nur im Hier und Jetzt stattfindet Du kannst weder die Vergangenheit ändern, noch die Zukunft vorhersagen Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist der aktuelle Augenblick Die Übung der Achtsamkeit ist dabei ein effektiver Weg, um deine Präsenz im Jetzt zu stärken Durch bewusste Atemübungen, Meditation oder einfaches Innehalten während des Tages kannst du lernen, deinen Geist zu beruhigen und deine Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu lenken Dies wird dir nicht nur helfen, stressige Situationen besser zu bewältigen, sondern auch deine allgemeine Lebensqualität steigern Die innere Weisheit entdecken Millman betont auch die Bedeutung der inneren Weisheit Jeder von uns trägt tief in sich bereits alles Wissen, das er braucht, um seinen Lebensweg zu meistern Das Problem ist jedoch, dass wir oft durch äußere Ablenkungen, Zweifel oder Ängste von dieser inneren Stimme getrennt sind Um wieder Zugang zu dieser Weisheit zu erlangen, fordert Millman dich dazu auf, still zu werden und nach innen zu horchen Eine Technik, die dir helfen kann, ist die tägliche Meditation Durch regelmäßiges Meditieren kannst du lernen, die lauten Stimmen des Alltags auszublenden und deine innere Führung klarer zu hören Es geht darum, Vertrauen in dich selbst zu entwickeln und die Zeichen und Botschaften deines eigenen Herzens zu erkennen und zu folgen Die Kraft der Entscheidung Ein weiteres mächtiges Lebensgesetz, das Millman lehrt, ist die Kraft der Entscheidung In jedem Moment unseres Lebens stehen wir vor einer Vielzahl von Entscheidungen Bewusst oder unbewusst Deine Entscheidungen formen nicht nur deine unmittelbare Realität, sondern auch deine langfristige Zukunft Millman ermutigt dich, Entscheidungen bewusst zu treffen und dabei stets den Pfad des Friedens und der inneren Wahrheit zu wählen Oftmals kann es schwierig sein, den richtigen Weg zu finden Insbesondere, wenn du dich in einem inneren Konflikt befindest In solchen Momenten hilft es, innezuhalten und tief in dich hineinzuhorchen Frage dich, welche Entscheidung mit deinem wahren Selbst im Einklang steht Entscheidungen, die aus Angst, Druck oder Unsicherheit getroffen werden, führen selten zu langfristigem Frieden Stattdessen kannst du lernen, Entscheidungen zu treffen, die deine inneren Werte widerspiegeln und dich auf deinem Lebensweg weiterbringen Die Balance zwischen Erfolg und Erfüllung Denn Millman spricht auch über das Streben nach Erfolg und die Wichtigkeit, diesen mit innerer Erfüllung zu kombinieren Es gibt viele Menschen, die äußerlich erfolgreich erscheinen, jedoch innerlich leer und unzufrieden sind Der friedvolle Krieger weiß jedoch, dass echter Erfolg nur dann wertvoll ist, wenn er mit innerer Erfüllung einhergeht Dies bedeutet, dass du nicht nur nach äußeren Zielen wie Reichtum oder Status streben solltest, sondern auch darauf achten musst, dass diese Ziele im Einklang mit deinem inneren Frieden und deiner wahren Bestimmung stehen Ein praktischer Tipp ist, regelmäßig innezuhalten und deine Ziele zu überprüfen Stelle dir die Frage, ob sie dich wirklich erfüllen oder ob sie lediglich den Erwartungen anderer entsprechen Indem du deine wahren Herzensziele verfolgst, wirst du langfristig nicht nur erfolgreich, sondern auch glücklich und ausgeglichen sein Die Bedeutung der Selbstdisziplin Ein weiterer Aspekt, den Millman betont, ist die Wichtigkeit von Selbstdisziplin Ohne Disziplin ist es schwer, den Pfad des friedvollen Kriegers zu beschreiten Du wirst viele Herausforderungen auf deinem Lebensweg begegnen und es ist deine Disziplin, die dich durch schwierige Zeiten tragen wird Dies bedeutet jedoch nicht, dass du hart oder streng mit dir selbst sein musst Stattdessen geht es darum, einen klaren Fokus und eine tägliche Praxis zu entwickeln, die dich auf deinem Weg unterstützt Tägliche Routinen wie körperliche Bewegung, geistige Übungen oder spirituelle Praktiken können dir helfen, die notwendige Disziplin zu kultivieren Diese Routinen werden dir die Kraft geben, auch in herausfordernden Momenten stabil und zentriert zu bleiben 10 Tipps und Tricks für deinen Weg als friedvoller Krieger Praktiziere täglich Achtsamkeit, um im gegenwärtigen Moment zu leben Höre auf deine innere Weisheit, indem du regelmäßig meditierst Lerne, bewusst Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit deinem wahren Selbst stehen Entwickele Selbstdisziplin durch tägliche Routinen und Praktiken Akzeptiere Herausforderungen als Chancen für Wachstum und Transformation Sei geduldig mit dir selbst und erkenne, dass Fortschritt ein langfristiger Prozess ist Übe dich in Gelassenheit, auch wenn das Leben turbulent ist Finde die Balance zwischen äußerem Erfolg und innerer Erfüllung Erkenne, dass der wahre Frieden von innen kommt und nicht von äußeren Umständen abhängig ist Vertraue auf deinen eigenen Lebensweg und folge ihm mit Mut und Entschlossenheit Millmans Buch bietet zahlreiche tiefgründige Einsichten und praktische Anleitungen Die du in dein tägliches Leben integrieren kannst, um mehr inneren Frieden und Klarheit zu erfahren Die universellen Lebensgesetze des friedvollen Kriegers sind nicht nur spirituelle Konzepte Sondern können dir auch in ganz alltäglichen Situationen helfen, ein erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen Mehr im Buch Die universellen Lebensgesetze des friedvollen Kriegers Machtvolle Wahrheiten zur Meisterung des Lebensweges Taschenbuch von Dan Millman auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story Tagge mich, damit ich deine Post sehe und wir uns auch dort vernetzen können Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist Bis zur nächsten Episode Mach's gut und bleib inspiriert Bis zum nächsten Mal Mach's gut Untertitelung des ZDF, 2020